Ein Interview aufnehmen am PC. Wie mache ich das am besten, wenn der Interviewpartner nicht mit mir im gleichen Raum ist? Du kannst dich natürlich einfach in einem Zoom-Meeting treffen und das Ganze aufzeichnen. Aber dann hast du und dein Interviewpartner einen Rahmen um dich herum und jeder hat seinen eigenen Hintergrund. Und man sieht einfach, dass ihr nicht im selben Raum seid. In diesem Video zeige ich dir, wie du dich und deinen Interviewpartner oder deine Interviewpartnerin virtuell in den gleichen Raum bringen kannst, vor den gleichen Hintergrund. Denn dazu reicht Zoom vollkommen aus. Das sind die virtuellen Möglichkeiten, die wir heute haben und von denen es in Zukunft noch viel mehr geben wird. Damit kannst du deine Zuschauer überraschen und bist auf dem neuesten Stand der Technik. Am Ende zeige ich dir auch, worauf du bei der Auswahl der Hintergründe achten solltest und wie du die Videobilder optimieren kannst, damit sie gut zueinander passen. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du mehr solcher Tipps zu Videomarketing oder Zoom haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn man ein Interview im gleichen Raum aufnehmen will, dann ist das sehr aufwendig. Zum einen müssen beide Interviewpartner am gleichen Ort sein. Man braucht viel Platz, man braucht zwei oder drei Kameras, einmal für die Perspektive von beiden und dann für jeden Interviewpartner, für die verschiedenen Perspektiven. Du musst das Ganze hinterher aus mehreren Videodateien zusammenschneiden und das kostet einfach viel Zeit. Deshalb ist diese Art von Interviews immer seltener geworden. Heutzutage nutzt man Zoom, man trifft sich einfach im selben Zoom-Raum, drückt den aufzeichnenden Knopf und schon ist das Interview aufgenommen. Du brauchst kein zusätzliches Equipment, sondern jeder hat sein eigenes Equipment und du hast hinterher nur eine Videodatei, mit der du weiterarbeiten kannst, die du auch noch schön machen kannst mit anderen Hintergründen, damit es einheitlicher aussieht. Aber den gleichen Hintergrund zu haben, sodass es aussieht, als ob ihr im gleichen Raum seid, das ging früher noch nicht. Aber jetzt gibt es in Zoom schon seit etwas Längerem eine Ansicht, die heißt Immersive View oder auf Deutsch beeindruckende Ansicht. Dazu habe ich früher schon mal Videos gemacht. Schau dir das an, da zeige ich dir ganz genau, wie du das einstellst und wie du auch eigene Hintergrundbilder hochlädst. Das hat natürlich sehr viele Vorteile, weil du nur eine Videodatei hast, du kannst es außerdem aus Zoom heraus auch live streamen und man sieht nicht, dass die Leute nicht am gleichen Ort sind. Es sieht wirklich so aus, als ob ihr im gleichen Raum sitzt. Und genau das möchte ich dir heute vorstellen, wie du mit eigenen Hintergründen eine ganz eigene Atmosphäre kreieren kannst und worauf du dabei achten solltest. Denn ich habe vor ein paar Wochen mein erstes Interview damit aufgenommen. Es ist wirklich so einfach, wie ich das in dem Video erkläre. Aber ich habe auch dabei etwas gelernt. Denn du musst dich und deinen Interviewpartner entsprechend vorbereiten und auch in der Größe optimieren, wenn du das ausprobieren möchtest. Deshalb schalte ich jetzt einfach mal einen Interviewpartner dazu. Und so sieht das Ganze aus, wenn du plötzlich zu zweit im gleichen Raum bist. Du hast zwei Videobilder. Ich habe das der Einfachheit halber einfach mal mit meinem Smartphone gemacht und mich in das gleiche Zoom-Meeting eingewählt. Deshalb siehst du mich jetzt einfach zweifach. Einfach zweifach. Ein schönes Wortspiel. Mein Smartphone hat eine andere Kamera als meine Webcam. Deshalb ist das auch etwas unterschiedlich. Und genau das wird dir mit deinem Interviewpartner auch passieren. Wichtig ist dann, dass du die Videobilder so im Bild platzierst, dass sie ungefähr gleich groß sind. Nicht, dass der eine besonders klein ist und der andere größer, dass ihr auch beide ungefähr die gleiche Entfernung habt zur Kamera, damit das Ganze möglichst gleich und echt aussieht. Und wie man das Ganze verschiebt, das zeige ich dir in einem anderen Video. Denn jedes Videobild hat einen eigenen blauen Rahmen um sich mit Anfassern, die du einfach per Drag & Drop verschieben kannst. Das braucht einfach etwas Übung, geht allerdings auch sehr einfach zu machen. Ja, und damit kannst du jetzt dein Meeting aufzeichnen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass ihr beide in eure Kamera reinschaut. Denn in dem ersten Interview, das ich aufgenommen habe, hat meine Partnerin leider auf das Zoom-Bild geschaut. Und das wirkt etwas irritierend. Aber so lernt man aus jedem Video. Es gibt von Zoom auch ein paar Standard-Hintergründe, wo du automatisch platziert wirst. Jeder an Interviewpartner an seinem Platz. Allerdings würde ich dir empfehlen, diese Standard-Hintergründe nur am Anfang zu verwenden, damit du dich daran gewöhnst und später deine eigenen Hintergrundbilder hochzuladen. Denn wenn wir alle die gleichen Hintergründe haben, in Zoom war das am Anfang die Golden Gate Bridge, das Weltall oder der Strand, ja, dann unterscheidet man sich nicht von den anderen. Und genauso ist es hier bei dieser beeindruckenden Ansicht. Lade deine eigenen Bilder hoch, damit du dich von den anderen unterscheidest. Und du kannst natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre damit kreieren. Ich zeige dir jetzt noch zwei, drei andere Hintergrundbilder, damit du mal den Unterschied erkennst. Hier habe ich noch einen sehr nüchternen Hintergrund, der nur ein leichtes Lichtspiel auf der Wand hat. Auch so etwas geht, kreiert allerdings sehr wenig Atmosphäre. Ein wichtiger Punkt, worauf du achten solltest, wenn du Bilder auswählst für diese beeindruckende Ansicht, sie sollten unten immer eine gerade Kante haben. Denn du und dein Interviewpartner, ihr werdet von Zoom automatisch unten abgeschnitten. Und deshalb ist es gut, wenn ihr irgendwo an einem Tisch sitzt oder dass es eine gerade Linie im Bild gibt, wo du dich und deinen Interviewpartner positionieren kannst. Und das könnte zum Beispiel auch in einer Bar sein, um dir mal ein anderes Beispiel zu zeigen. So könnte das Ganze zum Beispiel bei einem Bargespräch aussehen, wenn du eher eine lockere Unterhaltung mit deinem Interviewpartner führst. Du kannst also mit dem Hintergrund beeinflussen, wie ihr beide wahrgenommen wird. Bei Zoom gibt es zum Beispiel auch einen Kamin, den man im Hintergrund einblenden kann, sodass du Kamingespräche führen kannst. Da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich empfehle dir auch, probiere verschiedene Hintergründe aus, wie sie für dich passen, wie sie zu deinem Thema passen. Teste sie aus, weil es braucht eine Weile, bis man die richtigen Hintergründe gefunden hat. Das ist zum Beispiel ein anderer Hintergrund, den ich auch schon ausprobiert habe und der für mich auch gut funktioniert. Also probiere es aus, teste es, mach deine Interviews spannender, interessanter, nutze die neueste Technik und lerne mit jedem Video dazu. Es muss nicht von Anfang an perfekt sein, so wie mein Interview, mein erstes, auch nicht perfekt war, sondern verbessere dich mit jedem Video. Das ist meine Devise. Und ich freue mich, wenn dir diese Tipps weiterhelfen. Natürlich auch gerne über ein Like oder einen Kommentar, wie du das Ganze findest. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis bald, eure Sabine. Tschüss.